Der Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde nannte diese Zeit später einen nicht erklärten Ausnahmezustand. Bis zum Ende jenes Jahres wurden zehn Menschen ermordet und drei Terroristen begingen Selbstmord. In Stuttgart-Stammheim lief der Prozess gegen die erste Generation der RAF, gegen Andreas Bader, Gudrun Ensslin und Jan Karl Raspe. Das nahm eine zweite Generation, die sich aus verschiedenen Komitees gegen Isolationsfolter und ähnlichen bisweilen von RAF-Verteidigern in angeregten Kreisen von Sympathisanten rekrutiert hatte, zum Vorwand, bekannte Repräsentanten des Staates und der Wirtschaft anzugreifen und zu ermorden, um die bereits einsitzenden angeblichen politischen Häftlinge freizupressen. Dabei nahmen diese Nachahmungstäter die Vorkämpferin Ulrike Meinhof, die sich schon 1976 in ihrer Gefängniszelle das Leben genommen hatte, beim Wort. Die hatte zwar behauptet, die Aktionen der Stadt-Guerilla richteten sich nie gegen das Volk, verkündete aber, Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen und natürlich kann geschossen werden. Wenn der Typ in Uniform, also jeder Polizeibeamte, als Teil des Schweinesystems ermordet werden konnte, so ergab sich daraus, dass herausgehobene Staats- und Wirtschaftsvertreter in der größenwahnsinnigen Diktion der RAF erst recht abgeschossen werden durften. Für das Jahr 1977 kündigte die RAF eine Offensive an. Im Frühjahr wurden die Urteile im Stammheimprozess erwartet. Im RAF-Duktus hieß die Befreiungsaktion Big Raushole. Generalbundesanwalt Siegfried Buback fuhr am 7. April durch Karlsruhe. Ständigen Begleitschutz, der ihm nahegelegt worden war, hatte er abgelehnt. Vor einer roten Ampel hielt der Wagen. Von einem Motorrad aus, auf dem zwei Männer saßen, feuerte der Sozius mit einer Maschinenpistole in den Wagen. Buback, sein Fahrer und ein Begleiter wurden getroffen. Der Tat bezichtigte sich ein Kommando Ulrike Meinhof. Unmittelbar beteiligt waren Christian Klar, Knut Volkerts.